Ja Leute, und damit willkommen zurück hier bei Kingdom Hearts. Wir haben im letzten Part den Hadeskaber abgeschlossen. Jetzt sind wir auch nochmal die wunderschöne Trophäe. Aber jetzt haben wir wieder was freigeschalten. Ne, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Beim letzten Mal ist das Fragezeichen, da war das die Platinum-Runde gegen Sephiron. Und ich bin gespannt, was jetzt wieder kommt. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Das hängt einfach ab, was das überhaupt ist. Vielleicht wieder irgendein spezieller Gegner oder so, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Welche Gegner jetzt wieder kommt. Okay. Was ist das denn? Jeff? Was bist denn du? What the fuck? Goldrunde Polaros, bitte. Wow. Goldrunde Polaros, bitte. Ich gebe auf. Goldrunde Polaros, bitte. Okay, Goldrunde Polaros, okay. Wie, was muss ich denn da machen, um meine Eiszapfen über mich ausgekondert oder so. Okay, Ausweichler anscheinend nur. Ja gut. Wie komme ich hoch an ihn? Aua. Junge. 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 Äh, willst du mich verarschen? Äh, wie muss ich denn den besiegen? Ach, ich muss die Eiszapfen auf ihn zurücklenken. Ach, ich muss die Eiszapfen auf ihn zurücklenken. Der ist nicht ausbegriffen. Ja gut, ähm. Ja gut. Das ist trotzdem schwieriger als gedacht. Wir probieren's einfach mal. Okay, jetzt weiß ich dem jetzt, was ich machen muss. Ich muss die Eiszapfen, die Goldzapfen, wenn ich jetzt was gesagt habe. Okay, Quatsch. Oha, da kommen ja schon wieder neue. Könntest du aufhören? Junge, hörst du? Das ist ja genau so ein Scheiß-Biel wie mit Lerberos auch. Aua, Junge. Ich verstehe nicht. Also, dass ich die Eiszapfen habe, muss das relativ klar, aber ich würde... Wir... einmal, einmal probieren's. Wir probieren's einfach noch einmal. So. Und das will irgendwie nicht so gelingen, wie ich das gerne hätte. Irgendwie gar nicht so gelingen, wie ich das gerne hätte. Ich kann seine Angriffe nicht zurücksteuern. Ich muss die Angreifen zwingen. Und das geht aber nicht, weil der dauernd mit dem... Letzter Versuch, dann lassen wir's, weil darauf halt echt keine Lust. Ich kann hier nichts machen. Ich darf wieder ausweichen. Ich kann die Eiszapfen nicht richtig zurückschleudern, aber gut, egal. Wir lassen's, wir lassen's, es hat keinen Sinn. Ich begreif den Kampf nicht, weil... Das kann doch nicht sein, dass wir nur... Das... 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 Das funktioniert doch nicht. Erzähl mir doch nicht. Gut, wir lassen's, wir gehen raus. Hat keinen Sinn. Was soll ich mich jetzt hier noch durchqueren? Hast du noch was zu sagen? Okay. Das hat man schon. Den liegt irgendein Setz am Wasser. Mit Kalkon erhalten. Okay, was auch das jetzt wieder für Blitzmove war. Zur anderen Seite auch noch was? Ne. Okay. Okay. Wir haben den Hardest Cup geschafft. Das wollte ich. Dann müssen wir jetzt auf Platz 1 stehen, theoretisch. Ja. Okay. Ab geht's. Und... Ach, das... Du... Oh, was? Das ist... Also... Das... Wir haben uns... Du... 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 für mich jetzt gelandet wurde wo ist das denn überhaupt hier okay sehr schön dann speichern wir jetzt noch mal die beiden ja auch irgendwie mal aus das so geben können aber wo ist denn der weg einfach hier auslaufen da geht es weiter und wir versuchen noch mal gegen dich bekämpfen ich habe ich ja lange nicht mehr gesehen mein freund moment war ich jetzt nicht ganz begriffen die wieder moment so war das nicht gewollt aber doch nur die schrift haben gewiesen manche müssen wir hier weiter okay dann probieren was halt halten wir uns eben durch das ist noch mal die tafel lesen oder so da kommt das jetzt eigentlich schon mal gesagt dass ich euch nicht mag aber auch wenn ich mir ins portal geht ist natürlich scheiße das ist so scheiße wenn die zu dem portal geht dass man da einfach wieder durch kann und wenn wir haben stammt das verleiten was auch immer das dort dort die die musik ist echt geil so mittel so richtig schön das ende also musikalisch ist ja sowieso die musik ist der punkt am spiel wo ich überhaupt nichts zu meckern habe dort zu keinem zeitpunkt auch nur schlechter als gut also immer durchgehen geil da kann ich mich nicht beschweren jetzt hat mir ja schon mal durch gelesen die ganze sache ja da geht irgendwas auf und könnte mit der trio ein das war das bin ich noch nicht ja komm schon ja wieso ich bin ich wieder was ja in die drühe öffnen aber lässt man gerade nicht zu merke ich gehe halt nur künkt äh, kommen wir nicht durch das zu zerstören bringt nichts, okay, dann kommen wir jetzt wieder raus ich nehme an, jetzt ist auch unser Weg offen ich nehm's an ich hoffe, ich denk's ja, tatsächlich okay das hatten wir ja schon Hallöchen ja, wie der Kampf gegen dich abläuft, das weiß ich noch genau wir müssen deinen Kopf angreifen und du hast aber deine super unfaire Attacke mit der du mich einfach töten kannst weil ich dieser Attacke nicht ausweichen kann ich erinnere mich okay, wir hauen einfach drauf warum mach ich jetzt nicht mehr wir müssen jetzt doch die Flieger ausschauen, Nora rauf da und rauf, 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 komm, komm da komm schon okay, er nimmt mir schon mal gut Schaden jetzt kommt dann wieder die Attacke, die man nicht ausweichen kann Ja. Es ist Betrug. Es ist nachweislich Betrug. Wie soll ich dem ausweichen? Ich verstehe es nicht. Soll ich ihn vorher besiegt haben? Und vorher die Attacke auch nur einmal einsetzt oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Oh, doch, 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 doch. Ich kann mal versuchen, so weit wie möglich wegzukommen, wenn er die Attacke macht. Aber ich weiß halt nicht, wann er es gemacht hat. Okay, jetzt. Es sieht dann aus, als käme ich jetzt. Ach, tatsächlich. Mir sind mal ausgewichen. Aber auch mit was für einer Entfernung. Schaut es euch an. Okay. Ich muss irgendwie da von der Attacke weg. Naja, komm, hör auf zu schreien. Ich schreie dich auch gleich an. Wenn ihr wer schreien muss, dann nicht wegen deinem komischen Move da. Was macht er denn jetzt? Was ist das denn hier? Meine Fresse! Okay, und wir fliegen wieder auf ihn zu? Ich versuche, ihm irgendwie Schaden zu machen, dass er endlich mal ihr sterben geht. Und du mitgehst mir so auf den Gang. Ich bin der Boss, der mir am meisten aufgegeistigt. Das darf nicht wahr sein. Ich bin in seinem Radius drin vor. Warum komm ich da jetzt so einfach weg? Weil der Attacke das wieder feuerlich ist. Und er hat mich weggelassen. Ja, komm. Ja, komm nach oben weg. Der jetzt kriegt nach Stil und ist einer Geirge. Heilung. 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 Nein, weg! Geh. 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 Das ist eine Mission! betrüger neben dem hund mit der beschissenste bosse im ganzen spiel schaut ihn euch an diesen hund schuldig ist weit im seien nicht wieder sonst bei alten sich wieder freunde die nächste versuchung ich bin mir dich ja doch irgendwann ich weiß ja nicht irgendwann könnte er eventuell doch was haben ja kommen wir auf zu nerven nein ich muss weg ich muss weg hat uns auch noch gleich die attacke die attacke nächstlich ist das gut er ja noch weiter angegriffen weg weg Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Einfach nur. Okay, komm. Stopp, du schweizbüster! Ich bring die Sonne so weg! Yuck! Können wir jetzt mal unsere Trio-Technik oder sowas einsetzen? Ich hab ne Idee. Ich glaub, vielleicht bringt der was. Ob der irgendwie meine Verteidigung oder wie es ist? Ob ich so ganz gegriffen bin, ist aber auch egal. Ich lösche dich aus. Ich lösche... Nein! Du verdammtes Arsch! Aero! Aero! Jaa, natürliche Zeitchen, solange ich mein Schild hab, ne! Komm her. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! eine er hat aufgehört lieber wieder ein und wir holen uns auch gleich noch rettung der blutig ausgehen der er hat mich gerettet oa natürlich nachgelassen müssen aufhören ich will einfach mal wieder item einsetzen mehr für eventuell sinnvoll Gehe! Hier! Verrack einfach nur! Verbrenn und leide, du Mistkerl! Gruppen-Ability-Park leider erhalten. Ein interessanter Mann. Du hast die Kugel immer noch! Ich bin genau da. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Du hast die Kugel geschlossen. Der Kugel, ich habe keine Äther. Die Kugel, ich bin sehr gut. Wir haben die Kugel, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. ich muss mir jetzt schon mehr gelandet ich bin da durch oder wir sind gut oder schlecht oder nicht oder ich habe keine ahnung und heute haben wir hier gelandet keine ahnung wo ich hier bin laufen einfach mal tiefer nach unten und scheint da zu sein okay worte aber ich habe keine ahnung wo mir was wir gelandet sind gibt es nicht noch mal einen speicher oder sowas zumindest das nächste ja klar ja klar ja klar ich stelle jetzt einfach mal ja ja Ah! Ja! So einfach geht es! Habt ihr es gerade gesehen? Okay! Das war einfach als gedacht! Eins von drei! Ich hoffe, man ist hier nicht verrückt, sonst... Wir haben keinen Speichel gehabt vorher! Es ist schon mal ganz gut! Ja, komm schon! Endlich gut! Diese Technik war so krass, Boyd! Ja, klar! Können wir das nochmal einsetzen, Leute? Bitte! Komm, wir haben das Ganze schonmal überstanden! Das Ganze schonmal überstanden! Jetzt schaffst du es auch noch! Fisch! Ja, es ist ein Fieler. Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Komm schon! Wenn der ist! Wir brauchen... ...ein Item auf jeden Fall! Wenn du ja hier den Zeug auch noch heilen soll, dann hätten wir nämlich wieder Drio einsetzen können. Weiß nicht, ob das gelingt, aber... Wir brauchen die beiden auf jeden Fall auch was. Wir brauchen die beiden auf jeden Fall auch was. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Das ist 3, gell? Drei Magi-Dinger baue ich dafür. Das sind halt auch bewusst ein bisschen länger, weil ich eigentlich zum Endlos wollte und dann das im nächsten Mal wenden wollte, aber... Okay. Kommt Leute! Komm schon! 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 Gehe! Okay. Ich weiß, wer da als Letztes kommt. Na, komm schon. Komm, wir enden es. Töte sie. So, okay. Ich will wieder welche von denen. Und noch mehr von euch. Dann immer mehr. Ja, ich sag ja, ich bin vor dem Finale. Kein Freundesitz. Ich bin einfach zu viel Gegner gespammen. Ich hau das euch an. Ich seh nicht zu krass werden, muss ich zu Trio greifen. Aber noch geht's. Sagt der und starb dabei. Boah, ich bin aber auch nicht normal. Okay, aber irgendwas hat die betäubt. Ich habe meinen Angriff gerade ausgeführt. Oder mein Betäubungsangriff, meine ich. Ist so weit oben seid, ey. Komm schon. Sterb. Der eine noch, der eine noch. Der eine noch, der eine noch. Komm. Ich hab mich nur kurz dazu. Wie oft kinder gefacjęiert wird. Ich ober der eine noch. Dass das Ich muss mal Heidung wieder machen. So, ist schon mal weg. Und noch mehr Gegner. Kein Ende. Aber den haben wir jetzt gut erwischt. Die werden alle nur so mal erwischen werden, ne? Aua. Ich merke schon, es wird so nichts. Komm, sterb. Okay, da muss ich auf mein Leben achten, aber es geht noch. Heilung. Jetzt, viel kommt doch da nicht mehr. Jetzt sterb doch endlich. Okay, jetzt ist es aber auch los. Jetzt noch du. Und du da oben. Geht aus. Verreck. Okay, Heilung. So, jetzt du noch. Wie viele kommen denn da? Schau mal, ist in der Arena hier. Abwehrkraft und Respirator erlernt. Okay, und das wird immer und immer mehr. Was für Gegner hoch. Schaut es euch an. Wir können von dem Finale noch mal ordentlich leveln. Also wer ein Level abgebraucht, wird auf jeden Fall hierher kommen. Komm schon. Komm. Und dann? Okay. Okay. Das werden nicht weniger. Ich hab mal wieder irgendwas. Nein, die Pause. Okay. Sehr schön. Ja gut, dass ich noch nicht drüber eingesetzt habe. Denn wenn eh immer wieder neu kommt, irgendwann gar nichts. Okay. Heilung. Du fehlst mir noch. Du musst irgendwie noch sterben. Los, töte die. Töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn. So, jetzt ist es hoffentlich gut. Gut jetzt. So, wir machen hier einen Cut. Ich denke, beim nächsten Mal gibt es das Finale. Danke für zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.